ja liebe leute damit herzlich willkommen zu einem neuen stream und ja ich freue mich wir werden mich heute die allerletzte industrie beliefern und auch da die letzte war dem spiel abholen und ich habe dazu schon mal was vorbereitet nämlich die zwei loks hier die nummer elf mit dem namen aslan und claudius mit der nummer ja welche nummer hast du eigentlich mit der nummer zwölf wir sind hier beim startpunkt und unser goal wird erstmal sein dass man die wagen hier zusammenfügen die wir nämlich brauchen für die raffinerie hier steht übrigens nur so power beladene sachen die mal auf den abtransport warten dahinter auch die tanker das sind alle beladen und das werden wir heute nicht machen also die wir mal erst mal zusammenstellen und dann ich zeig euch mal auf der karte also die zwei sind auch schon in konvoi modus wenn wir hierhin fahren werden hier mal unseren ganzen konvoi wenden und hier habe ich bretter beladen und die müssen wir darauf bringen unsere stecke wird dann hier so runter führen auf den doppelgleisigen neuen bereich und dann hier nach rechts und rauf zur raffinerie werden dann hier die bretter abladen und hier dann die sachen abholen und wie heißt das hier eigentlich also einfach nur öl also ja das ist ganz normale öl raffinierte öl dann abholen und wieder dahin bringen wo wir herkommen sind nämlich hier hin das erst mal so mein ziel für heute die loks sind schon mal vorbereitet ich hoffe die frames machen mit die kupplungen habe ich auch vorbereitet dass wir müssen nur noch ankuppeln also würde ich sagen starten erst mal so ich hoffe die musik passt soweit und ist nicht so laut wir fahren in die falsche richtung ich wollte ja eigentlich nach hinten fahren ich schmerz gerade so eingefallen und jetzt bin ich viel zu lang gestanden aber auch schon wieder holz hier ich muss dann gerade mal schauen was mit der hinteren loke ist ja und das ist dann das letzte bauprojekt gewesen ist die frage was ich dann später baue ich habe mal überlegt ob ich nicht so eine art panorama route mache auf den bergen oben die frage wie realistisch das zeigen kann und ich möchte dann irgendwie so ein mannschaftszug machen wir stehen da aus mehreren Mannschaftswagen also den kabusen ich weiß gar nicht schräg die kabusen jetzt bestimmten eigenen begriff dafür so wir fahren hier rein es passt man sollte es eigentlich recht schnell gehen also dass man jetzt hier so einfach in doppeltraktion fahren kann ist schon mega geil aber ich merke das spiel ist ein bisschen laut ich werde es gerade noch ein bisschen leiser machen weil wenn man dann zwei dampfloks hat die da vor sich hin schießen heute habe ich es mit in deutsch so leh die weiche müssen wir ja leider händisch machen also die nicht aber die anderen hier was soll das passen dann werden wir dich mal hier nach hinten voran lassen offen kurz langsam nach hinten fahren kann man von hinten gerade mal ankoppeln und nach feld servus alles gut So, da kommt er auch schon. So, ich jetzt Kanton mehr, oder? Ach nee, es war noch ein wenig mehr Distanz. So, ein bisschen bremsen hier noch. Oh je, Kopfschmerzen gehabt. Das ist nicht so gut. Das ist mal jetzt ein bisschen zu schnell hier. Der Taubi ist verkackt. Ein bisschen brauchen wir noch. So, da laden. Okay, dann fangen wir gerade wieder vor. Ich werde mal hier stehen bleiben. Hier habe ich das ja auch schon vorbereitet. Und wenn wir nach vorne fahren, schauen wir uns mal die Lok hier an. Ich werde jetzt mal Holz reinlegen. Machen wir doch gerade mal, bevor es ja ganz kalt wird. So. Ich gehe gerade in der Küche. Hä? Wie ist das denn so zu wie über das Handy oder den Google Home? Ich glaube, wir hier die Weiche gerade passieren. Quatsch, voll in die Eisen. Da machen wir gerade die in der Mitte. Minimap können wir eigentlich wieder zumachen. Ich brauche eigentlich nur das hier. Andy. Ja, ansonsten ist es ein Wochenende gewesen. Abgesehen vom Kopfweh. Es gibt etwas, worauf du mich gebracht hast. Was denn? Eisenbahn? Können wir mal ein bisschen bremsen hier. zwei, zwei, drei. Jetzt ganz drin. Drin. Reichter Schwung jetzt. Ich komme endlich dazu, Ori, äh, die Blind Falls durchzuspielen. Uh. Nice. Und wie war's? Oh, Hawaii Toast. Spiel auch. Ah. Shit. Ich hätte sogar alles da. Ananas und Toast. Aber mir fehlt der Käse. Okay. Okay. Dann ziehen wir gerade wieder nach vorne. Ja, ich habe heute voll die schöne Geschenke auf der Arbeit gekriegt. Ähm. Kam so am Boden und dann gesagt, naja, ein Geschenk für mich. Und ich soll das aufmachen. Und dann habe ich es aufgemacht. Und dann waren da Rosen drin. Mit einem lieben Brief von meinem Schatz. Da habe ich mich richtig, richtig gefreut. Das war ein guter Start in die Woche. Kochschinken habe ich auch. Das war nicht den, was ich eigentlich dafür verwenden würde. Aber es geht. Die letzten noch. Eine Retour hier. Ah. Ja, das waren einfach so, also sind tiefgefrorene, also was heißt, schockgefrorene Rosen gewesen in einem Bündel. Mit schwarz-rot und einem blauen in der Mitte. War richtig, also sieht echt schön aus. So, ein bisschen langsamer. Das sollte reichen. Und der letzte, dann haben wir es hier. Dann können wir eigentlich abdüsen. Das wäre es, dann werden wir jetzt mal gucken, dass wir den Fahrweg richtig einstellen. Also, wir fahren da rechts lang. Gehen da auf die linke Seite. Wir machen Swiss-Style. Wir fahren dann hier ins Gleisdreieck. Bis hier hin ungefähr, dann werden wir dann wenden. Damit wir dann hier wieder richtig reinfahren können. Dann spare ich mir das Rangieren. Dann werde ich mal das hier schon mal richtig einstellen. Wir wollen da so lang fahren. Ja, einmal so. Und so. Hier habe ich übrigens experimentiert, dass ich da mal zweigleisig baue. Das werde ich aber offscreen machen. Weil das Umgebäude, glaube ich, ist einfach langweilig. Okay. Oh, Rui, Servus. Das bezüglich Ori, das Spiel ist wunderschön. Der Soundtrack ist so genial. Ich hatte Gänsehaut. Nur das Finale hat mich ein paar Nerven gekostet. Oh, das glaube ich. Du bist aber nicht der Einzige. Okay. Abfahrt. Den Soundtrack haben wir uns sogar gekauft. Der ist verfügbar. Also. Ich glaube, der ist komplett. Wir haben auf alle Fälle Sachen von Ori. Und dann ist die Frage, ob ich überhaupt bei der Raffinerie hochkomme. Weil da haben wir schon die 4% Steigerung. Vorher waren es 6. Jetzt sind es 4. Also wir haben im Discord schon mal ein bisschen zusammen gespielt. Und haben die Strecke ausgetestet. Und da haben wir gesagt, das ist zu steil. Es ist ein guter Stichpunkt. Also eben. Ich habe einen Discord-Server für das YouTube-Gaming hier. Und Twitch-Livestream. Da hat sie gerne das eingeladen, reinzukommen. Da schwimmen wir auch immer wieder mal. Und da werde ich dann, so wie der Stream hier vorbei ist, im Generellen mit euch zusammen mal spielen jetzt, wo hier alles zweigleisig ist. Macht es ein bisschen mehr Spaß. Ich habe gestern den ganzen Tag die Tutorial-Videos gemacht. Das Video ist auch soweit fertig. Und kommt dann, glaube ich, schon mit hoch raus. Das ist da das umfassende Compendium für Railroads Online. Wo man wirklich alles drin hat, was man es irgendwie wissen muss. Inklusive Mod-Tutorial. Ja, ich bin schon ein bisschen stolz hier auf das Zweigleisige. Das war so viel Arbeit. Was ich vielleicht mache, noch bevor ich hier irgendwie die Panoramastrecken baue, ist die Bergstrecken zu überarbeiten. Ich meine, das waren die ersten. Und das kann man schön und realistischer bauen mit weniger Brücken und dessen Steinmauern. Das wäre noch so eine Fleißaufgabe. Das fängt auch schon hier an. Mit der Brücke da. Wir sind da schon relativ hoch. Bei dieser Schneise. Das könnte man schon mal tiefer machen. Und wenn ich das schon mal tiefer mache, dann muss ich auch das hier alles neu machen. Inklusive die Brücke kommt dann weg. Wenn wir dann hier so einen Weg machen. Das habe ich mir schon mal für mich ein bisschen angeguckt, wie man das ungefähr bauen könnte. Juhu. 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 Und Rui, wie sieht es bei dir aus? Soweit gut in die Woche gestartet. Soweit gut in die Woche gestartet. Soweit ist es ein bisschen spannender zu fahren. Etwas kalt, aber sonst gut. Bei uns hat es total gestürmt. Mit Schnee und Regen vermischt. Hat dann zwischendurch mal wieder aufgehört und dann gerade wieder angefangen. Mega komisches Wetter. Okay. Wir werden jetzt immer wenden. So, nochmal kontrollieren. Das sieht alles okay aus. Ja, ich meine, es passt. Können wir dann gleich sehen, ob ich da ein Gleis sehe. Bin ich jetzt auf der normalen Strecke hier schon lange nicht mehr. Mal schauen, wir haben jetzt hier View von 15 und die hintere Lok 32. Ja, das passt. Ich hoffe, ich habe heute nochmal ein bisschen recherchiert bezüglich dem Performance-Problem. Weil wenn ich jetzt nicht streamen, dann gucke ich irgendwo zwischen 20 und 25 FPS rum. Bei normalen Trafiken. Jetzt beim Stream sind es 18 bis 20 FPS. Leider Gottes. Und im Forum, sowie auf dem Discord-Server im offiziellen, gibt es keine große Lösung. Die meisten sagen, die meisten sagen, ja, machen FPS-Cap. Habe ich bei mir ja auch schon drin. Fousing anmachen. Der eine löscht Lokomotiven und bei ihm hat es geholfen. Das ist halt echt noch ein Thema. Und wenn ich mir die To-Do-Lieste anschaue von den Entwicklern, steht halt da noch nirgendwo drin. Das sind die Performance-Sachen nochmal weiter anschauen. Da sind gerade alles andere Sachen drin. Echt ein bisschen schade. Was helfen würde ist, wenn man einen Dedicated-Server hat. Dann haben die Clients zumindest ganz gute FPS. Aber das würde ja eben mein Fall heißen. Ich müsste mir das Spiel nochmal kaufen. auf irgendeinen anderen Rechner das Spiel starten. Und dann auf dem Server schreiben. Das ist ja eigentlich ein bisschen befreit. Nachdem es keine Server-Software gibt. Und das ist mir das Spiel momentan nicht wert, dass ich mir das zweimal kaufe. Hört sich nach EA an. Ja. Die machen dafür ja andere Sachen echt schlimm. Gibt ja jetzt das Gerücht, dass Battlefield hier Free-to-Play werden soll. Nachdem sie es ja so extrem verkackt haben. Bildele. Jetzt haben wir es dann gleich. Mal sehen, mal kurz stehen bleiben. Ihr seht es, ich habe da schon mal ein bisschen experimentiert mit dem zweigleisigen Ausbau. Habe ich hier noch gar nicht weggetan. Ich habe einfach noch keinen schlauen Weg gefunden, dass ich auch die Brücken schön parallel ziehen kann. Da muss ich nochmal schauen, wie das am besten geht. Aber es wird eher darauf hinauslaufen, dass ich das ganze Segment neu baue. Also das hat eine Steigung von 1%. Und da hinten... Ich würde mir mal ganz kurz den Cheat anmachen. Äh... Cheats. Fliegen und Sprinten. Sag ich, was ich meine. Bäh. Geh runter da. Geh runter. Ah, die Steuerung. Also hier sind wir noch halbwegs normal von der Höhe. Aber da könnten wir auch schon weiter runter. Und da sind wir im Verhältnis einfach so hoch. Da könnten wir viel weiter runter. Ich muss echt gucken, wie ich das schlau machen kann. Dann kann ich mir das auch sparen, dass ich da vorne so hoch bin. Auch da... Ich meine, das war die erste Bergstrecke da. Wie funktioniert, aber ich glaube, das kann man irgendwie realistischer bauen. Ja, mit Fleißaufgabe. Gehen wir wieder zurück zu unserem Zug. Dann machen wir das Fliegen wieder aus, weil das nervt. Aber das Sprinten hört sich an. Es ist nämlich ganz praktisch. Südeli. Okay. Also. Unsere Wagen stehen hier auf dem letzten Gleis. Das heißt, wir fahren jetzt mal da rein. Werden vorbeifahren. Können wir hier die Weichung schon mal richtig einstellen. Und werden an dem ganzen Geschmöster ankoppeln. Und hoffen, dass wir bei der Raffinerie irgendwie hochkommen. Ein Bauchgefühl sagt man, das könnte zu viel werden. Auch wenn die hier leer sind. Oh, da hat es noch ein paar Doppeldeckleise. Die müsste ich auch nochmal wegmachen. Ja, aber dann habe ich endlich mal alles geschafft. Aber rein Content-Technisch gibt es nichts mehr. Stand jetzt. Wenn ich hier die letzten Waren, also das Öl, abgeholt habe. Neue Karten wären auch interessant, wenn sie das reinbringen würden. Beziehungsweise Community Maps mit einem Editor. Oh, die Wagen da rechts will ich auch nehmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun mal sechs. Kommt da haben wir mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Na, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zwei, zehn. Sind 60. Na, bisschen mehr. Okay, nehmen wir mal die für den Konvoi verlassen. Ja. Gehen wir mal hinten rauf. Kupplung vorbereiten. Nois. Äh, halt falsch. Du kannst hier mal runter und dann gerade schon mal bremsen. Gerade so ein Mü. Ja, tatsächlich so. Ist dann halt wie durchgespielt. Ja, also, ich hab schon vor Transport Fever nur zu spielen. Was ich ja aktuell ja auch spiele. Trains 22. Wenn das ein bisschen besser wird. Weil da hat es doch sehr viele Sachen, die mich nerven. Und ansonsten halt Trains in World 2 und wieder TS 2022. Erstmal, das sind so meine Favoriten. Aber das ist in dem Sinne kein neues Spiel. Wüsste auch gar nicht. Also es hat zumindest jetzt kein aktuelles Spiel, wo ich sage, das reizt mich jetzt aktuell. Aber wenn ihr Ideen habt, so sagen. Es gibt noch Train Life, aber das Spiel ist echt kacke. Okay, das sollte erstmal reichen. Okay. Okay. Boah, Nachtfell, du bist voll gemein. Schickt er mir Fotos von seinem Toast herbei? Und dann sind es so viele. Das ist aber nicht alles alleine, oder? Alla, Scholle. Kleine zu, ja. Warum eigentlich nicht? Ist nur die Frage, was die Community dazu sagt, nachdem es ja eher mehr so Eisenbahn-related ist. Klar, jetzt könnte man sagen, ich spiele auch Age of Empires, hat nichts mit Eisenbahn zu tun. Ähm, ja. Das Ding ist, wie bei Planet Coaster, ich spiele da nicht allzu kreativ. Da muss ich mich ein bisschen auf den Workshop verlassen. Da gibt es ja auch Züge. Ich spiele Pläne zu, wegen den Zügen. Ähm, tun wir mal kurz die Handbremsen überprüfen. Hier, nicht angelegt, nicht angelegt, nicht angelegt. Das passt alles. Hier bist du angelegt. Okay. Dann machen wir die Fahrstraße zur Raffinerie mal checken. Das ist alles okay. Ähm, wir müssen Weiterkreuzung da rein, da rüber. Hier müssen wir da rein. Ich muss mir überlegen, ähm, ja, wir fahren da rein. Und fangen, glaube ich, ins Hauptfleisch. Direkt nah, wir fahren gerade in das Kleine. Okay, ich glaube, das passt erstmal. Was ist der Teil, den ich, ich schaffe Essig morgen? Hm, gute Einstellung. Ah, schon wieder kein Holz mehr. Hauen wir gerade zweimal hier. Bei der anderen Lok noch probieren, weil auf der Bergstrecke brauche ich schon noch ein bisschen Wumms. Hauen wir es einfach mal rein. Wunderbar. Jetzt sollte es reichen. Cool. Und Abfahrt. So, ich werde mal ganz kurz das Fenster aufmachen. Und schon bin ich wieder da. Ja, ich glaube, das wird zu schwer. Aber mal gucken, vielleicht schaffe ich es, denn die ersten Wagen leer sind. Muss ich mal ein bisschen mit Schmackes rauf fahren. Was auch ganz cool wäre, wäre so eine Art Planungstool, dass man wie so unsichtbare Gleise machen kann. Wenn man schauen kann, wieso wäre es dann vielleicht in der Theorie, würde man das dann so bauen. Oh, und jetzt fällt mal ein Spiel ein, was ich spielen könnte. Nämlich, Rollercoaster Tycoon Classic. Das ist mein absolutes Lieblingsspiel. Muss man halt mögen. Und es ist echt retro. Aber ich liebe es. Da habe ich bis jetzt je den Teil. Rollercoaster Tycoon World existiert für mich nicht. Das ist auch ein schönes Spiel. Könnte ich jetzt gar nicht. Um was geht es denn da? Boah, die Physik geht in dem Spiel. Schaut euch das an. Jetzt haben wir da 10 plus 6 Wagen, also 16 Wagen und die Frames sind bei 16 FPS. Boah, Mann ey. Macht so keinen Spaß mehr. Könnte ich noch mal jemanden anderen bitten, über die Karte hier zu laden und dann gehe ich mal rauf und mache mal den Test mit dem gleich langen Zug. Um zu schauen, ob das wenn Delicatet selber wirklich helfen würde. Aber wenn nicht, dann werde ich eher so kurz wie das noch machen, aber kannst du streamen, weil streamen mit 16 FPS ist doch... Naja. Es bringt ja noch nicht mehr was, die Grafikeausstellung ganz nach unten zu stellen. Das ist genau gleich beschissen. Kriege ich vielleicht drei FPS mehr. Es ist generell irgendwie so eine Krankheit mit den Zug-Simulatoren. DS2022 ist ja so ein Spiel, wo es teilweise auf die FPS-Strucks gibt. Ein Rätselspiel mit dem Zweiten Weltkrieg mit einer schönen Geschichte und viel Hintergrundgeschichte. Okay. Ich müsste es mir jetzt echt so anschauen. Ich habe jetzt gar keinen Kontext dazu. Habe ich mir schon die Purs-Songs angehört? Noch nicht alle. Aber ich habe schon reingeghört. Also beschreib Rücken ein bisschen mehr. Okay. Das ist mit dem Fenster war eine doofe Idee. Jetzt zieht es ja kalt rein. Ich würde ja auch gerne Ruhe im Stream abspielen. Aber dann kriege ich ein Copyright Claim. Das ist wieder doof. Das darf ich nur das Radio machen. Ja, ich sagte, ich habe schon reingehört, aber ich habe mir noch nicht alles angehört. das ist ein Mega-Dreieck hier. Ach, das bin ich echt stolz. Ich fahre mir jetzt eigentlich Topspeed. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Aber ich würde sagen, nee, wir fahren nicht Topspeed. Ah, komm, muss ich mal anklicken. Naja, fast. Hart an der Grenze. Besonders gut. Fanden eigentlich alle ganz gut, aber... Was mir jetzt aus Herzens in den Kopf geht, ist Abenteuerland. Ohne speziellen Grund, aber ich finde es echt schön. Aber, um zu sagen, jetzt, das ist das Beste. Ah, das glaube ich will ich gar nicht. Manche fahren auch ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber grundsätzlich sind sie eigentlich alle gut. Von dem, was ich jetzt so gehört habe. So, da kommt jetzt gleich die Steigung mit 4%. Und ich hoffe, ich hoffe, das klappt. Ansonsten brauche ich mir eine dritte Lokomotive hier. Es ist nicht sehr lange, aber trotzdem. Ah, nee, noch nicht. So, ihr zwei. Gibt's alles. mit Maximum Schmack ist hier drauf. Hintisch wird es da nie in der Kurve. Ja, klar. Immer gerne. Könnt's auch nach dem Stream machen. Weißt ja, wo du mich findest. Oh, das mit dem 4%, das glaube ich, hat sich gelohnt. Ah, okay. Jetzt noch mal langsamer. blödiger. Blödiger. Damal. Damal. Servus. Oh, das läuft ja richtig gut. Coole Sache. Dann weiß ich das schon mal für die Zukunft. Oh, man sieht jetzt hier auch schon oben. Und dann werden wir uns erst mal von ein paar Wagen hier trennen. Damit wir hier regieren können. Ich hätte eigentlich die andere Lok in die Mitte machen können. Dann hätte ich gerade zwei Konvois, die ich fernsteuern kann. So, dann wären wir bei der Raffinerie. Wie gesagt, ein bisschen haben wir sie schon mal beliefert, aber wir brauchen hier noch das Bauholz oder Bretter, wie auch immer man das nennen will. Und wir werden jetzt erst mal die ersten 6 wegbringen, damit wir hier ein bisschen rangieren können. Das ist ein bisschen doof gemacht. Andererseits ist es auch gut. Dann bist du jetzt dazu gezwungen zu rangieren. Und ich würde sagen, hier bleiben wir stehen. Und werden die Wagen mal abkuppeln. Das ist wieder eh. Oh, was ist jetzt mit der Musik los? Jetzt, falsches Fenster. Sind wir schon wieder fertig? Dann fangen wir hier mal wieder an. So, sehr gut. Ich stelle mich aber hier hinten drauf. Und dann abmarsch. Von den Weichen her sieht das alles gut aus. Ja, die werden wir erst mal hier drin parken. Ich habe eine Idee mit der Pooh-Show nicht aus dem Kopf. Ja, ich möchte auch nichts dagegen, das zu machen, oder? Das ist doch was Schönes. Jetzt habe ich die Controls verloren. Das ist mal ein bisschen zu schnell hier. Wisst ihr, was ich vergessen habe? Die Handbremse da hinten. Ist aber mit dem Tool ja kein Problem. Machen wir einfach mal so. und da ist sie angezogen. Hier sind die Frames schon wieder oben. Das ist nur, weil wir hier die Sachen abgekuppelt haben. So, da können wir uns mit der Schmackes geben. Das ist auch nur so ein Provisorium, dass es hier Kopfgleise sind, weil ich habe es noch nicht geschafft, das hier sauber zusammenzukriegen. Das wäre noch so eine Freisaufgabe. Aber erfüllt erst mal seinen Zweck. Okay, hier können Sie mal wieder vom Gas da gehen. So, und ein paar Ölfässer haben wir da schon. Das ist eben von der ersten Belieferung. Aber noch nicht abtransportiert. Bin mal gespannt, wie da das Beladen dann funktioniert. Hat es ja keinen Kran und so. So, jetzt gehen wir hier mal voll in die Eisen und gehen mal auf das Gleis da. hat wieder Retour. Das Tolle mit dem Konvoi-Modus ist, dass dann halt beide Loks auch bremsen. Irgendwie habe ich noch viele Freisaufgaben. Ja, schon. Die Wüste sprich wird. Der Geist ist stark, aber der Körper ist schwach. Oh, da sehe ich gerade etwas, was weg muss. Noch vom Bau. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Aber er sollte vielleicht auf den Zug hier aufpassen. Machen wir langsamer hier. Und warum geht das jetzt hier nicht weg? Jetzt. Die ist wohl jetzt vielleicht bremsen. Okay. Hier mal anlesen und ihr zwei könnt es einen Abflug machen. Cool. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder auf die andere Seite. Schauen wir uns mal hier die Kupplung an. Die werden wir nochmal vorbereiten. Währenddessen warten wir, dass die da über die Weiche drüber gefahren sind. Ein Kunstwerk. Ich hoffe es nicht. Okay. Das passt. Dann können Sie wieder mal wieder retour fahren. machen wir mal so mit 11%. Wir sollten hier demnächst mal auftauchen. Ja, und das ist soweit einmal das Jahr, das ich mir hier vorgestellt habe zu machen. Ich weiß auch nicht, ob das so bleibt, wie ich das hier da gebaut habe. Für mich macht es erstmal Sinn, das so zu bauen. Aber ja, es funktioniert nicht auf alle Fälle. Also da passen drei Wagen rein, mindestens. Und da auch. Aber muss jetzt hin und her rangieren. Wo sind meine Loks? Ich glaube, die könnten ein bisschen schneller fahren hier. 77 habe ich da drin. Da noch ein Bauholz und wie schaut es aus mit dem Rohöl? 60. Könnte man eigentlich Arbeiter beliefern. Da stehen über zehn Wagen beim Frachtdepot. Da hinten sind die Loks. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schnell. Wir werden es jetzt gleich sehen. Sieht aber gut aus. Wir werden es gleich alle mitnehmen und dann hier wieder abstellen. So, ihr könnt es mal vom Gas runter. Ich glaube, da passt die Kupplung nicht. Aber jetzt. Wunderbar. So, bei dem Kandidaten habe ich ja die Handbremse angezogen. So, einmal bitte anhalten. Und jetzt kommt die Fleißübung mit noch rangieren. Das heißt, ich werde mich mal nach da hinten begeben. Das werden die ersten sein. Ruhige, da müsst ihr jetzt auch mal mitspielen. Gerade am Wochenende. Das war so witzig. Da waren wir zu dritt unterwegs. Und wir hatten keinen Unfall. Wer hätte es gedacht? Das ist aber das erste Mal. hat aber die Kamera halt nicht an. Ich habe ein bisschen Schiss mit der engen Kurve. vermutlich mit den Bremsen ein bisschen aufpassen. Damit es mir hier die Wagen nicht zerlegt. Wenn wir jetzt da drüber sind, geht es dann hier rein und man wird entladen. Wir machen das eigentlich ganz gut mit. Jetzt so rein und schauen, dass wir nicht auf den Prellburg auffahren. Wir werden nicht da unten auch hinstellen. Ich glaube, ich mache den Supersprint hier mal wieder aus. Das ist ein bisschen gefährlich. Sprint. Weg. Sü. Mal langsam hier. Ich glaube, ich werde jetzt noch mal in... Ich kann es eigentlich hier schon mal entladen. Schauen, dass der da schön ranfährt. Okay. So ist gut. wie viel haben wir denn da noch ein Meter. Ich werde jetzt mal versuchen, auf dem aufzufahren. schauen, ob ich noch den dritten Wagen kriege. Hmm. Okay. Na, das passt nicht. Rollt denn der jetzt weiter? immer noch zwei Wagen. Shit, 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 shit. Immer noch zwei Wagen. Das könnte jetzt ein bisschen... Hä, warum jetzt nur drei? Hat der da jetzt hinten schon produziert? Wenn das jetzt höher als 39 ist, dann ja... Ja, sind es 4,50. Okay. Der ist doch schon leise schon produzieren. Ja, dann. Werden wir das mal hier wiederholen. Andererseits... Wisst ihr was? Wir machen das mal ein bisschen anders. Ähm... Abreißen alles, alles, alles. Wir spielen jetzt mal auf Risiko. Und schauen, dass ich mal bis hier hinfahre. Ohne, dass das hier ein Gleist. Na, komm. Ein bisschen noch. Bleib stehen. Oh. Da fehlt es aber nicht mehr viel. Ja, jetzt passt auch das hier. Gehst du nach oben? Ja, sehr gut. Uhu. 3, 2, 1, Risiko. Dark Wind Duck. Hehehe. So, gut. Abfahrt. Und dann recht viel am Nähen. Was nähst du denn? Das finde ich aber nett, dass du mir da Pass machst. Hehehe. Ah, Mau. So, dann einmal die Weiche wieder umlesen und dann werden wir die auch gerade schon wieder deponieren. Und, wie gesagt, retour nicht vorwärts. Ich meine, hier schon mal aufkoppeln und dann werden wir die noch mal so reinrollen lassen. So ist die Vermutung, dass die mir vielleicht nicht gefallen könnten. Das ist mein Passen, ist ein Argument, aber mit dem Gefallen? Ich werde das jetzt wie bei so einem Abrollhügel machen. Geht jetzt hier voll in die Bremse. Sehr gut. Wir müssen jetzt einfach noch ein bisschen weiterrollen. Die Kupplung lassen wir mal so. Von den Farben her, ja okay. Das ist noch ein super Trick. Das heißt, wir müssen hier mal die Bremse wieder anlegen. Und es sollte eigentlich hier alles perfekt gerade sein. Das nicht hin und her rollen. Sagt er und dann rollt er es. Ach, dann lassen wir es einfach mal rollen. Wir werden uns da wieder reinfahren. In der Hoffnung, dass dabei jetzt nichts schief geht mit dem Manöver. Wir dürfen einfach nicht auf das Gleis hier reinrollen. Sonst muss ich doch die Bremse anziehen. Wie schreibt man von den Farben? Was ist denn alles drin? Kommt schwarz vor? Hier bleibt es stehen. Ja. Okay, hebt bitte schön langsam. Langsam. Okay. Und entladen. Du auch. Die müssen wir jetzt gucken. Und dann glaube ich, war es das ja eh schon. Ah ne, die haben wir ja noch. Ah, ich probiere es mal, ob das passt. Oh no. Das habe ich jetzt aktiv gewastet. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Ah, dann kann ich jetzt aber schon mal die Kupplung hier kontrollieren. Ja, das passt. Einen ganzen Wagen für nix. Ja, schwarz, dunkelrot, die Finger rot und dann noch schwarze Clown. Also so von den Farben her, klingt das schon ganz gut. So, jetzt sollen wir das gleiche grad nochmal probieren. Ähm, inklusive da unten dann ankoppeln. Schauen, ob das klappt. Dann hier das wieder lösen. Dann lassen wir uns da mal pushen. Und ab mit der Bremse. Jetzt gehen wir grad nach da vorne und schauen, dass wir das gekuppelt kriegen. Das wär ein Träumchen. Nice. Komm, holt's weiter. Okay, das sollen wir auch wieder zurücksetzen. Und legen wir hier die Handbremse an. Das ist dann eh die... Halt, wo ist die Minimap? Hier beim einzigsten Magen so. Die müssen wir da wieder wegnehmen. Und dann können wir hier grad wieder reinfahren. Hm, das muss ich mal echt merken. Coole Sache. Das könnte aber cool. Wenn ich, ähm, die Musikhäuser vom Stil, passt die? Bisschen moderner Couch, wie. Okay, bitte den super Slow-Mo hier rein. Okay, und diesmal wollen wir mal ganz nach hinten fahren. So wie beim ersten Mal. Das war jetzt ein bisschen zu viel. Oh, oh wow. Was für ein Stapel hier. Hehehehe. Äh, und den noch rauf. Und dann haben wir noch einen Wagen. Ach, dieser eine. Dann haben wir dann eh... Kann ich da eigentlich... Oh, ich kann hier raufgehen. Uh. Jetzt könnte ich der Löwenspiel. Hehehehe. Hehehehe. Okay. Ach man. Dieser eine Wagen, da... Wenn die jetzt nochmal... Ach nee. Den... Den... Den einen Wagen werden wir aber anders hinstellen. Da würde ich jetzt nicht nochmal rangieren. Wir werden jetzt die wieder ankuppeln und werden die da mal aufs andere Gleis hinstellen. Erstmal. Ähm. Vorwärtsfahren wäre dann hitverdächtig. Ich werde mich immer hier hinstellen. Können wir eigentlich hier schon die Bremse wegnehmen. Wenn wir die dann eh anschubsen werden. Ah, ich will mitfahren. Ähm. Das... Was... Ich hab mir letzte Woche Schaumstoff gekauft und bei der... Ich fragte, ob es für Fastnacht sei. Ich nur nicht wirklich. Hehehehe. Hehehehe. Ähm. Rückwärts. So. Das sollte man jetzt vielleicht nicht allzu schnell machen. Ich bin schon auf die Beladungstechnik gespannt. Hehehehe. Hehehe. Hey, die rollen ja weg. Aber ich will schneller. Nee, nee, nee. So, kommt's ja da. Nice. Dann können wir gerade weiter nach hinten und dann werden wir die hier auf das zweite Gleis platzieren. Und dann schauen wir uns die anderen Sachen an. Wollte ich eigentlich wieder in die Lok reingehen. Oh, Nico. Servus. Alles klar. Pass geschafft. Na, das ist das Game. Also, zeigt sich mal von seiner besten Seite. Habt ihr jetzt also im Schnitt zwischen 15 und 20 FPS. Also, es ist fast nicht mehr spielbar. Also, zumindest wenn ich Client und Host zugleich bin. Ist echt traurig. Ich weiß auch nicht weiter, wie optimieren. Werd's jetzt dann auch nicht mehr großartig streamen. Weil jetzt habe ich dann alles geschafft. Die Bauprojekte werde ich jetzt so für mich machen. Und höchstens mal kurz will ich das machen. Aber das war's jetzt erst mal mit den Streams von Raywards Online. Speziell gerade mit langen Zügen. Aber das ist ja kein neues Problem. Aber jetzt bei der riesigen Anlage, auch wenn ich für mich spiele, 20, 25 FPS. Mehr wird's nicht. Ich weiß echt nicht, was man für einen Monsterrechner haben muss, damit das Spiel hier flüssig läuft. Okay, dann wollen wir den jetzt gerade mal abkuppeln. Ja, ich kann's dir gerne mal zeigen. Wenn wir uns hier mal in den Task Manager reingehen. Moment. Ähm. Siehst du, die Grafikkarte, das NERD-X3070, die ist nicht voll ausgelastet. Der Zipi auch nicht. Und das ist ein i7-10700 mit 32 GB Speicher. Also der Rechner ist nicht ausgelastet. Das Spiel ist einfach nicht optimiert. Kommt noch dazu, dass der Rechner jetzt das Ganze in... Ja, das ist wie das 11. Achso, Handbremse habe ich jetzt vergessen. Der ist zwar noch ganz gut. Okay, jetzt holen wir uns mal die anderen Wagen, die wir da abgestellt haben. Und wir werden das hier mal beladen. Ja, das passt eigentlich. Cool. Abwart. Ich mache mir jetzt noch einen Test für die Kurve, aber die Kurve bin ich noch nie gefahren. Ich mache nur die Innere. Die Innere muss ich aber bei Zeit nochmal neu machen. Ich sitze nicht so in einem Qualitätsstandort, wie ich das gerne hätte. Also Nico, du kannst dir auch gerne mal das Save-Game von mir runterladen. Das ist öffentlich auf Minizwerg. Da kannst du mal schauen, wie die Frames so bei dir sind. Oh, das ist vielleicht noch ein gutes Ding. Mal schauen, ob ich ein Autosave anhabe. Ich denke schon. Ausgemacht. Ah, jetzt ist er warm. Hm. Ja, ich glaube nicht, dass es wirklich Windows 11 ist. Oh, schau, bei dir steht schon da außen für 40p. Ich mache es halt in 4K. Ich glaube, würde ich jetzt erst runtergehen auf Full HD oder auf 2K, dann wäre es vermutlich besser. Aber das ist keine Option für mich. Also vor allem nicht für für Stream und YouTube, weil es halt in 4K aufnehmen will. Okay. Wie kommen wir da runter? Aber wenn du willst, geh doch mal parallel auf Minizwerg und hol dir mal den letzten Save von mir und start zwei parallel. Das würde mich gerade mal interessieren, wo du dann so im Durchschnitt rumgehst. Na, also jetzt war ich sowieso nicht umstellen. Jetzt im Stream ist das ein bisschen doof. Voll. Das Spiel ist aber grundsätzlich nicht optimiert. Ob ich das jetzt umstelle, das wird es besser. Ja, okay, doch. Dachte ich für einen Moment. Ah, ist falsch. Bleib stehen. Okay. Dann fangen wir jetzt hier mal den Beladen an und ich bin echt gespannt, was das jetzt für eine Animation hat. Wir könnten uns eigentlich wenn ich da schon mal draufstellen. Ich würde mal davon ausgehen, dass die Wagen da stehen müssen. was ist für 1040p ausgelegt. 3070p. Okay, die ist dann am stehenbleiben. Bitte einmal so. Ja, aber den anderen Spielen geht es ja auch, inklusive Aufnahme und Downscaling für Streams. Und wie gesagt, ausgelassen ist sie nicht. Aber mit dem Spiel hier nicht. Okay, jetzt muss ich mal hier wegen der Positionierung gucken. Ich würde zwei Wagen zeitgleich machen. Du gehst mal weg hier. Wie sieht das jetzt? Das sieht ein bisschen bescheiden aus. Ich probiere es mal, ob ich was nehmen würde. Was passiert hier gleich? Es sieht ja mal geil aus. Doch, ich habe es extra auf öffentlich eingestellt. Also, bist du aus den letzten gesucht? Also, ich kontrolliere es jetzt gerade nochmal. Aber, ja, doch. Ich mache es jetzt gerade mal auf. Ich schicke da gerade mal den Link hier. Ich probiere es mal bei dem. Okay, 46 geht da rein. Krass, die Sache. Da hätte ich mir die anderen Wagen ja sparen können. Ja, aber es sieht schon geil aus von einer Version. Okay, hier muss noch echt viel mehr drauf. Aber so ein Ladesystem ist natürlich super. Statt das hier mit einem Kran machen zu müssen. Ich muss jetzt eigentlich nur noch aufpassen, dass hier nicht zu voll wird. Okay. Liebe Leute, wir machen das jetzt erstmal so. Es gibt erstmal eine kleine Pause, also musiktechnisch. Ich muss kurz vorhin, währenddessen ist das hier beladen. und dann machen wir weiter. Also, bis gleich. So, liebe Leute, da bin ich wieder da. Ich bin jetzt mir alles beladen auf die drei Wagen. Und eins an Wagen wiegt 6,3 Tonnen. Und das bringen wir jetzt zum Frachtdepot runter. Dann werden wir erstmal schauen, dass der Fahrweg passt. Das ist schon mal falsch. Ich möchte... Na, wir bleiben hier auf der rechten Seite. Und da kann ich eh keinen Kreiswechsel machen. Das passt. Hier werden wir aber nach rechts rein. Das hier nur anpassen. Machen dann Wechsel auf die linke und hier wieder auf die rechte Seite. Ja, passt. Wird man dann hier reinkommen und hier, das werde ich auch schon mal vorbereiten. Okay. Wobei... Na, wisst ihr, wir fahren lieber doch hier rein. Das heißt... So, dann fahren wir mal ausnahmweise gegen die Fahrrichtung. Okay. Ab in die Lok und dann heißt es Abfahrt. Moin, Ferrox! Alles klar bei dir? Jetzt kann eigentlich fast nichts mehr schief gehen. Ja, in Zukunft werde ich die Wagen dann oben lassen und erstmal voll machen und dann runter fahren. Boah, das ist müde und krank. Mensch, wir hatten schon Kopfschmerzen. Jetzt hast du dir hoffentlich nichts so Schlimmes. Okay. 20-30 FPS. 29-30 FPS. Ja, das kommt dann hin, dass ich so die 20 habe, wenn ich dann mit meinem Setup da reingehe. Wer hat das irgendwie schon einen Tee oder so gemacht? Mit der Auffrischung. Ja, das stimmt schon, aber ich denke halt nicht. Das ist so ein bisschen, was soll ich denn sagen? Das ist, glaube ich, eher dieser Physik-Refresh-Intervall, den sie da im Hintergrund drin haben. Wo, wie war das mit über 600 Mal pro Frame da irgendwie die Sachen berechnet? Naja. Also, wenn wir uns mal hier die Leistung nochmal angucken. Von der Grafik-Karte. Äh, Auslastungs-GPU-Speicher. Sehr okay, der ist jetzt relativ ausgelastet. Aber da ist jetzt auch noch OBS mit dabei. Aber er ist noch nicht voll. Also, da ist noch Luft nach oben. Aber eben. Schau mal, der ist jetzt da bei... Ja, 35 Prozent. Bei der 3D-Berechnung und beim Inkortieren. Die macht nix. Ja, ich werde es auch mal Offscreen ausprobieren. Wir müssen mal schauen. Inwiefern das einen Impact hat. Was weiß ich jetzt? Sollen wir danach Train Team World spielen? Oder TS-2022? Train Team World. Auch eine bestimmte Strecke oder hoffen für alles? Nein. Das ist jetzt. Wir könnten ja so ein bisschen englischen Diesel-Trash machen. Beispiel mit der Class 45, 47 oder mit dem HST mal fahren. Wir nehmen den auch schon lange, den ich mal fahren. Oder wir fahren mal die Zarante-Rad-Wette, was ja ganz neu rauskommt. Wir nehmen das mal von der anderen Seite. Oh, ein US-Güterzug. Oh ja, der ist schwierig. Oh ja. Aber da nehme ich mal einen alten, und zwar eine F9. Bei der Clinchfield, die Strecke, wo das ist. Dann wollen wir da mal fahren. Das ist wirklich knackig. So, fast geschafft. Was mir gerade einfällt, wegen Clinchfield World, so ein Cinematic-Mode wäre da ganz cool. Also war die Kamera irgendwie schön platziert, und dann den Zug so beobachten kannst, wie er vorbeidüst. dann wenn man passt es. wenn wir da zu Jetzt habe ich es dann endlich geschafft. Nach über drei Monaten. Spiel durchgespielt. Und irgendwas mit 320 Spielstunden. Die ganzen Unfälle in dem Spiel. Und wie viel Nerven hier verloren gegangen sind. Ja, hat schon Spaß gemacht. Auch wenn der Anfang echt schwer war. Die letzte Kurve. Meine Damen und Herren. Wir haben es geschafft. Wir sind beim Frachtdepot. Das heißt, es ist nur noch entschladen. Und dann schauen wir uns mal die Statistiken an. Okay. Das sollte reichen. Steigen wir hier mal aus. Gehen wir hier durch. Und dann die letzte Amtshandlung. Wieder einmal entladen. Und hier eben so. Das war's. Der letzte Frachttyp. Endlich abgeliefert. Damit habe ich es jetzt offiziell durchgespielt. Stand jetzt vom Inhalt. Und wenn das jetzt hier fertig entladen hat. Schaue ich mir jetzt mal meine persönlichen Spieler-Stats an. Komm. Macht mal schneller hier. Auf 46 hier. Warum kann man eigentlich das nicht im Tanker drin haben? Das wäre doch da. Ja, so bei TSW bin ich ein bisschen querbeetisch unterwegs. Deutschland, England, USA tatsächlich ein bisschen weniger. Und bei TS2022 primär auf den englischen Stricken. Okay, jetzt schauen wir uns mal meine Statistiken an. Ich bin Level 9, habe 216.000 XP, habe 7704 Dollar. Gut, ich habe ein bisschen was gekauft. So ein, zwei Wagen. Ja, das war's. Jetzt werde ich noch ein bisschen Schönbau betreiben. Werd vielleicht noch ein paar Strecken bauen, die eigentlich unnötig sind. Aber hauptsächlich kann's. Ich möchte mal präsentieren. Und natürlich gucken, wie es mit neuen Inhalten ist. Aber es gibt jetzt so nix mehr Neues. Es werden dann noch so ein paar Multiplayer-Sachen kommen. Vor allem dann via Discord. Und wir machen dann Siphon-Kistenrennen hier im Spiel. Die entsprechende Strecke ist schon am Vorbereiten. Und ja, das war's. Ich werde jetzt erstmal in den Pause-Screen reingehen. Denn wir werden zu Train-Them-World wechseln. Und wenn ich das vorbereitet habe, das dauert 5 Minuten maximal, dann komme ich gerade wieder rein. Also, bis gleich.